Herzlich Willkommen zu meinem Kabbalah Engel-Orakel Die Botschaft der Engel am 15. Dezember 2018 Alles, was wir heute beginnen, trägt Früchte. Das ist der richtige Zeitpunkt etwas Neues starten. Das führt zum Erfolg, ob das jetzt ein beruflicher Neuanfang ist oder die Selbstständigkeit starten oder eine Versöhnung oder ein Neuanfang in die Liebe-Partnerschaft. Das trägt Früchte. Kommt auch etwas entgegen, dieser junge Mann überreicht den Kerch. Und das heißt, hilft jemand und das kommt von Herzen, das kommt von Gefühlen. Natürlich bedeutet auch in Liebe-Partnerschaft ein Entgegenkommen, dass dieser Mann sich öffnet und spricht über Gefühlen. Entweder ein jüngerer Mann oder dieser jüngere Mann symbolisiert die Neuigkeiten. Alles, was wir in Sprache bringen, können wir die Richtung bestimmen und all das, was wir vorhaben, können wir andere davon überzeugen. Das ist schon die richtige Richtung und auch der Sieg. Sollen wir auf die inneren Ruhe und inneren Gleichgewicht achten und im Vertrauen bleiben, es kommt die Stabilität. Stabilität in die beruflichen Situationen, finanziell, aber auch in die Liebe-Partnerschaft. Bedeutet auch, es wird Realität. Engel, Asaliach, ist die Engel, die göttlichen Gesetze und die Wahrheit. Und ich dachte, dieser Duft passt genau zu diesen Themen. Das sind Räucherstäbe, sehr gute Qualität. Und das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Info-Video. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Raunechte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben. Es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zum Erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Ohrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammeln. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zum Nützen für euch persönlich oder wollt ihr jemanden beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.